Servus Freunde herzlich willkommen zu einem neuen Video und aus Frankfurt. Ich bin gerade auf dem Weg zu Eurobike mit meinem Partner Spree Mountainbike Sohn. Schauen wir mal was da heute so abgeht, was es so Neues gibt. Ich werde euch mitnehmen, kleinen Vlog von Eurobike. Let's go, viel Spaß! Wir haben gerade einen Flo getroffen. Wir sind gerade auf dem Eurobike. Was ist so euer Plan hier heute? Ja, wir quatschen heute mit ein paar Lieferanten für das nächste Jahr. Aber die Räder, Komponenten, was so Neues. Genau. Um einfach zu wissen, was nächstes Jahr so Stand der Dinge ist. Was denkst du, ist heute so dein Highlight? Worauf freust du dich am meisten? Ja, natürlich das DJI-Rad von M-Flow mit dem neuen Motor. Gucken wir uns jetzt gleich mal an mit dem Julian zusammen und ich werde auf jeden Fall den Markt noch mal ein bisschen aufwirbeln. Genau, ich bin mal gespannt. Da wurde auf jeden Fall schon gut was angekündigt. Wurde heute morgen vorgestellt und dann schauen wir gleich mal, was die rausgebracht haben. Ja, auf jeden Fall! jetzt einmal mit Schmackes. Das ist schon was Feines. Wirst du das auch mit deinem privaten machen? Klar, immer. Bevor ich losfahre. Ja, Funktions-Stats. Erstmal BAM auf den Boden hauen. Da war wohl der Azubi dran, der Reifen ist bald schon drauf. André, wie haben wir das neue Ys? Das alte bin ich ja schon testgefahren in Alu. Was hat sich geändert? Beim neuen Ys, also die haben den Hauptrahmen ein bisschen geändert. Oberrohr ist ein bisschen flacher geworden und die haben das ein bisschen am Ocker angepasst. Das heißt, die haben jetzt hier in der Mitte einmal die Strebe gesetzt. Den Motor haben die überarbeitet. Der hat jetzt statt 60 Newton 85 Newtonmeter. Akku ist ein bisschen größer geworden. Statt 540 Wattstunden, 630 Wattstunden. Noch mal ein gutes Stück mehr dann auf jeden Fall. Noch mal ein ganzes Stück mehr. Vor allem bei selbem Gewicht. Ja, sehr cool. Wenn ihr noch mal eins zum Testen habt, gerne. So Freunde, jetzt waren wir gerade mal bei OBR, haben uns die neuen Räder angeguckt und jetzt gehen wir mal rüber, treffen den Florian und schauen mal, was in Asien so abgeht. Bin mal gespannt. Hallo, prüßt du nehm? Nehmr. Wenn lautern ja auch. Alles. 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 So Freunde, wir haben hier gerade die Firma Hexloks gefunden. Die machen Schraubensicherung und genau, der Ingo ist hier bei mir. Vielleicht stellt ihr euch einmal ganz kurz vor, weil das fand ich eigentlich ganz cool. Hexloks, Schraubensicherung. Was man damit macht, man sichert die vorhandenen Imbusschrauben am Fahrrad. Ja, das funktioniert folgendermaßen. Man hat einen Hexloks, den man in die vorhandene Schraube einsetzt und sie dadurch sichert, weil man den Imbusschlüssel jetzt nicht mehr einsetzen kann. Hier ist der Lenker selber gesichert und auf diese Art und Weise lässt sich je nach den Erfordernissen entweder ein Teil des Fahrrades sichern, das ganze Fahrrad, wie das gewünscht ist. Genau, finde ich ziemlich cool. Eben mir Floh mal drüber geredet, gerade bei einer Twixer-Fremse oder so, bei hochwertigen Komponenten. Macht das vielleicht Sinn. Cooles Produkt. Vielen Dank. Ja, gerne. Ey, cool. Ja, gut, ne? Es fängt an zu schütten, damit das Testfahren nachher ein kleines Erlebnis wird. So Freunde, wir stehen gerade vor dem neuen Bike von DJI. I am Floh, nennt sich die Bike-Marke. Genau, Floh, ich glaube, du kannst ein bisschen besser was dazu sagen, hast ein paar Facts im Kopf, erzähl doch mal was. Genau, das Rad ist besonders, weil es nur 19 Kilo wiegt und damit unter der Kategorie Light MTB fehlt. Aber das Besondere ist, dass der Motor nicht wie beim Light MTB nur 60 oder 65 Nm abgibt, sondern 105 Nm. Der Akku hat zudem 800 Wattstunden und ausreichend Kraft bei wenig Gewicht. Rad hat 160 mm Federweg vorne, 150 mm hinten. Ist eine super Allround-Waffe und die Ausstattung ist auch noch top. Und dazu noch der Preis. Für, sagen wir mal, Innovation, die es tatsächlich ja schon fast ist, mehr als fair ist. Wo sind wir hier gerade bei dem Schwitzmodell ungefähr? Der Preis ist noch nicht ganz fest, aber um die 9.300 bis 9.500 Euro sollte sich der einpendeln. Da führt man eine X0 Transmission als Antrieb, eine MT7, Carbon-Laufräder, Carbon-Lenker, Factory-Fahrwerk mit der neuen GRIP-X-Kartusche. Genau, zwar immer noch 10 Scheine, aber wenn man bedenkt, dass vergleichswertige Bikes glaube ich, um die 23 Kilo wiegen, schon mehr als fair. Und wann gibt es das für euch im Laden? Voraussichtlich September haben wir die ersten Bikes im Laden, auch ein Testrad davon, wovon der Julian euch dann mal ausführlich berichten wird und die man auf den Trails richtig ran nehmen wird. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall schon, weil ich bin es gerade mal hier Probe gefahren auf der Straße, 19 Kilo. Mit der Leistung ist heftig. Krass, was so in der E-Bike-Szene mittlerweile geht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst mal weiter. Was hast du da? BD40, Junge, das geht immer. Das schmiert richtig viel. For free. Ja, es geht natürlich. so freunde das war mein tag bei der eurobike war mega cool ziemlich viele interessante produkte wenn man kam auf die messe und wurde eigentlich nur überrumpelt mit irgendwelchen neuen sachen geilen shit geile räder also das hat sich auf jeden fall gelohnt ich hoffe ich konnte euch ein paar interessante sachen zeigen und ja vor allem dj was die daraus gekloppt haben darf ich demnächst mal testen also auf den 12 probefahren ich denke mal gegen herbst freut mich mega drauf sollte etwas cooles sein weil man auf dem asphalt vor 19 kilo und 100 meter 105 oder so was es sind das schiebt das schiebt richtig ansonsten ich hoffe euch hat es gefallen wir fahren jetzt weiter nach spitzack also ich alleine da ist wieder der c endlich mal wieder rennen fahren erste rennen tatsächlich dieses jahr und wir haben schon juli aber gut deswegen wir sehen uns in spitzack freunde bis dahin und da vorne steht mein bus der mich jetzt noch treu fünf schon begleitet